Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute also einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es gleich mal um mehrere Mounts und ja, die können wir uns zwar leider nicht im Spiel erspielen, aber die kriegen wir durch eine Sonderaktion von Blizzard. Um was für Mounts handelt es sich? Und zwar haben wir einmal hier diesen schicken Bären, soll das anscheinend sein. Und der schimpft sich schimmerndem Mondbestie. Hier, das hat dasselbe Model oder dasselbe Grundmodel wie auch die neuen Bären gestalten aus Patch 10.2. Also da gibt es einige Farbvarianten dann und das können wir hier einmal auch als Mount haben. Wir können uns mal anschauen, wie das Ganze auch aussieht von unten. Und zwar ist das ein Flugmount. Man hätte es nicht gedacht, ich hätte es auch selber nicht gedacht, dass es ein Flugmount ist, aber tatsächlich kann der Bär einmal fliegen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal einmal Mounts. Mounts Special, das kopieren wir gleich. Das werden wir nämlich gleich nochmal brauchen. Und da haben wir es mal rein und dann schauen wir mal, was er macht. Ah, okay, er stellt sich auf die Hinterpforten, heult den Mond an, passt ja ganz gut für die Mondbestie. Und ja, ist auf jeden Fall ein relativ cooles Mount. Und wo kriegen wir das her? Und zwar gibt es, beziehungsweise wir schauen uns erst mal die anderen Mounts noch an. Es gibt nämlich ein Special, wenn man ein 12-Monats-Abo hat. Und wie das genau funktioniert, werden wir uns gleich angucken. Aber jetzt schauen wir uns die anderen Mounts noch an, die auch mit in dem Special sind. Wir haben dann einmal, warte mal, wir können hier mal Shop eingeben. Dann sehen wir nämlich nur die Shop-Mounts. Diese, ja, quasi Abo-Geschichten fallen auch unter Shop bei Blizzard. Dann schauen wir uns das nächste an. Und zwar gibt es zusätzlich noch gigantische Gorlock. Das ist dieser hier. Der kann diesmal nicht fliegen, soweit ich weiß. Mounts Special können wir gleich mal gucken. Da haben wir an der Angel so einen kleinen Fisch und den versucht er hier zu holen. Ist quasi ein Riesen-Murlock mit, ja, so einem Aufbau obendrauf. Sieht echt ganz cool aus. Das Grundmodel finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Benutzt aber, glaube ich, so, ja, das Model von den Yeti-Mounts auch, oder? Wenn ich jetzt so gucke, so ähnlich. Wir hatten schon mal so einen Gorlock-Mount. Und zwar in einer anderen Farbvariante. In grün. Das ist der hier. Und den, meine ich, gab es auch für ein gewisses Abo. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch zwölf Monate waren. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Es könnten sechs oder zwölf Monate gewesen sein. Genau. Also das Model an sich gab es schon in einer anderen Farbvariante. Aber ich muss sagen, auch das Liedernis sieht ganz cool aus. Und was auch noch in dem Bundle drin ist, den wir uns aktuell holen können, ist hier ein Mount, wo ich schon ein Video dazu gemacht habe. Wir packen es jetzt mal kurz aus. Das ist quasi dieser Fisch hier. Wunderbarer Wellenschnauzer. Sieht auch sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Auch da können wir jetzt nochmal kurz das Mount-Special angucken. Was, ja, recht cool ist. Es hat jetzt nicht jedes Mount so ein cooles Mount-Special tatsächlich. Genau. Das sind die drei Mounts, um die es heute geht. Wie gesagt, zu dem hatte ich schon ein Video gemacht. Und wo kriegen wir das her? Ich zeige euch jetzt einmal hier die Übersicht im Shop. Und zwar können wir uns verschiedene Modelle aussuchen. Ein-Monats-Abo, drei-Monats-Abo, sechs-Monats-Abo und zwölf-Monats-Abo. Also, ihr zahlt quasi pro Monat mehr, wenn ihr nur einen Monat macht. Ein bisschen weniger, ein Euro ist es weniger, wenn ihr es drei Monate macht. Also dann zahlt ihr 11,99 Euro pro Monat. Und ab sechs Monaten sind es dann nur noch 10,99 Euro. Also ihr spart quasi jeden Monat zwei Euro. Wenn ihr eh sagt, okay, ich spiele langfristig WoW, dann macht natürlich ein Abo, wo ihr mehrere Monate gleichzeitig abschließt, mehr Sinn. Wenn ihr sagt, ich schaue jetzt nur in eine Expansion rein oder in einen Patch, dann macht das natürlich keinen Sinn, weil dann hängt ihr in der Geschichte drin und wollt vielleicht dann gar nicht mehr spielen. Das ist ganz klar. Und das zwölf-Monats-Abo hat eigentlich keinen Vorteil zum sechs-Monats-Abo. Also das ist derselbe Grundbetrag, bloß dass ihr euch länger quasi bindet. Das Einzige, was es an Vorteil hat, sind diese Collectables. Und da seht ihr es jetzt nochmal. Das sind quasi die beiden neuen Mounts, die wir hier mit in der Collection drin haben. Die kriegt ihr nur im zwölf-Monats-Abo. Dann haben wir den Fisch. Ich glaube, den gab es auch mit dem sechs-Monats-Abo. Dann natürlich ganz klar die Spielzeit. Und dann gibt es im Wattel-Classic quasi noch einen Drachen. Und ich glaube, auch nochmal ein Pad. Da war auch noch was dabei. Und es gibt noch einen Zusatz-Mount, das aber erst nächstes Jahr, glaube ich, rauskommt. Und zwar ist es immer so, es gibt diesen asiatischen oder chinesischen Kalender. Und da gibt es dann immer irgendein bestimmtes Mount, was dazu passt. Da hat man einmal das Jahr des Schweins gehabt, einmal das Jahr des Tigers und so weiter. Und das kommt dann halt erst, ja, quasi nächstes Jahr zum, ich weiß gar nicht, ich glaube, dieser chinesische Kalender beginnt irgendwann im Januar oder so. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, kenne ich mich zu wenig aus. Aber dann soll dieses Mount hier kommen. Vielleicht steht es jetzt auch unten nochmal ein bisschen dabei. Jetzt können wir hier einmal reingucken. Hier seht ihr, was ihr wo bekommt. Zugang zu World of Warcraft-Spielzeit. Classic Red of the Lich King. Normales Classic. Classic Hardcore. Das ist natürlich bei allen dabei. Die 500 Devisen kriegt man auch, wenn man einfach Spielzeit kauft. Und dann hat man hier reduziert der Preis. Na klar, sobald man ein 3-Monats-Abo macht oder die höheren, hat man natürlich einen besseren Preis. Dann haben wir hier den Wellenschnauzer, das ist das Mount. Das gibt es bei dem 6-Monats-Abo und bei dem 12-Monats-Abo. Dann gab es in Red of the Lich King ein Pet. Das ist so ein Fisch in der Blase. Ich weiß gar nicht, ob man den hier irgendwo gesehen hat. Ich glaube, hier sieht man den. Genau, den hier gab es in Wattle Classic. Für mich jetzt als jemand, der in Retail spielt, natürlich uninteressant. Und dann kommen jetzt hier unten die ganzen Sachen, die ihr nur kriegt mit dem 12-Monats-Abo. Und zwar gigantischer Go-Log. Das war dieser lila, oder pink, lila, keine Ahnung. Bin da in Farbenlehrer auch nicht so gut, aber das ist auf jeden Fall der. Dann schimmerte Mundbestie. Die hatte ich euch auch gezeigt. Das ist diese Mischung zwischen Bär und einer Eule, würde ich jetzt mal sagen. Dann der Albtraumhafte Smagdrache. Das ist der, den man in Wattle bekommt. Also den habt ihr hier gesehen. Also den gibt es nur in Wattle Classic. Und dann sind es noch zwei Sachen, die wir hier unten sehen. Kommen des Angebots zum Mondneujahr. Das ist quasi das, was man da oben noch nicht sehen kann. Und auch hier zum Mondneujahr gibt es dann auch noch in Wattle Classic quasi auch noch mal wieder was. Wahrscheinlich wieder ein Patch, schätze ich mal. Hier steht sogar dabei, Haustier. Also das Einzige, was wir noch nicht wissen, ist dementsprechend zum Mondneujahr das Mount hier. Aber das sieht nach einem Drachen aus. Und mir hat mal jemand im Stream gesagt, dass anscheinend das Jahr das Holzdrachen kommt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber das wird ja passen. Es sieht nach einem Drachen aus, mit so Bäumauswüchsen drauf. Also Holzdrache könnte sein. Sieht sehr cool aus und auch ziemlich groß. Das ist anscheinend eine Nachtelfin von der Größe her. Also das Mount wird riesig. Das wird ein Riesendrache. Ich hoffe, die Proportionen stimmen auf dem Bild. Ich freue mich da tatsächlich schon drauf und sieht cool aus. So, jetzt eine kleine Info noch am Rande. Wenn ihr das Ganze schon abgeschlossen habt, also ihr habt ein 12-Monats-Abo laufend, dann kriegt ihr trotzdem diese ganzen Belohnungen, solange das noch die Laufzeit hat von den Belohnungen, die jetzt hier kommen. Also sprich, wenn ihr es aktuell laufen habt, kriegt ihr natürlich die beiden. Und sobald das Mount rauskommt, wenn ihr das 12-Monats-Abo laufen habt, dann kriegt ihr das quasi auch noch dazu. Ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr jetzt nur noch 11 Monate habt, die 11 Monate warten und dann ein neues Abo abschließen. So funktioniert es nicht. Ihr kriegt, wenn ihr ein laufendes habt, das dazu. So, soviel zu den Belohnungen. Jetzt vielleicht noch so eine kleine Randinformation. Ich weiß, viele Leute finden so Shop-Mounts und solche Geschichten immer nicht so geil. Ich bin da auch nicht so ein Fan, nochmal extern was zu zahlen für Inhalte im Spiel. Bei den Geschichten hier mit einem laufenden Abo, muss ich aber sagen, finde ich es nicht so wild, weil ihr müsst ja nicht extra was zahlen, sondern ihr kriegt es zusätzlich. Klar, ihr müsst euch ein bisschen an das Spiel binden, aber wenn ihr das Spiel langfristig spielen wollt, dann macht es, denke ich mal, für euch keinen Unterschied. Und vor allem, wenn ihr das Spiel nicht langfristig spielen wollt, und was wollt ihr dann mit dem Mount? Wisst ihr, was ich meine? Also, für was braucht man irgendeinen Cosmetic Mount, wenn ihr eh nicht vorhabt, das Spiel langfristig zu spielen? Also, das ist so ein bisschen meine Herangehensweise an der ganzen Geschichte. Gut, jetzt würde mich noch interessieren, was ihr von den ganzen Sachen haltet. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao. Ciao.